So, halli, hallo, hallöchen Freunde, wieder zurück bei Trine mit der lieben Kaba. Trine! Ja, hi! Die Verrückten sind wieder unterwegs und ja, wir werden heute richtig was reißen hier. Wir geben uns Mühe. So, und da schauen wir. Jetzt kann man nämlich hin und her switchen. Ja, ich bin so ein bisschen gehofft. Okay, Moment, ich mache das, warte mal. Ich drehe mal so ein bisschen durch. Ups. Bloody Mary. Ach so, ja, deswegen kann ich das nicht. Ah ja, ah ja. Okay, ähm, der Zauberer ist ziemlich wichtig, nur mal so schnell noch erwähnt. Und ich glaube, sie, also die Debin. Der Krieger ist dann eher so wichtig, wenn dann halt die, 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 ja, wie nennt man das jetzt? Ja, ich möchte dich auch sagen. Die Feinde kommen, gegen die wir uns dann stellen müssen. Warte mal, wenn du jetzt so hoch springst, kann ich dich dann vielleicht beim hochspringen? Warte noch mal. Müssen wir noch mal machen. Na, aber ich glaube, das schafft sie auch. Oder so, genau. Ich muss halt nur, nur, nur springen, ne? Oh, äh, das war nicht wirklich gewollt. Ja, aber ich komme jetzt gar nicht weiter. Na, du musst auf die Wippe. Ach so, ja, klar. So, und einmal hier rüber, zack. Äh, hier würde ich aber aufpassen, nicht, dass es hier Fallen gibt. Ja, es gibt hier auch natürlich Fallen. Simpelste Dinge. In die soll man natürlich nicht hineinfallen. Brrr. Und Gegner, so wie diese hier. Und da wäre dann halt der Typ, der dann richtig gut. Yeah, mach sie alle platt. Was ist denn hier? Der Dicke hat ein Ding. Oh, die Blumen, die glitzern hier so schön. Schön, ne? Sieht richtig schön. Jetzt stehen wir da. Komm und Zauberer. Ja, du kommst da hoch. Äh, na du auch. Das musst du gar nicht springen, ey. Äh, äh. Ich glaube, hier oben ist etwas Schönes. Es glitzert, yeah. Willst du die Kiste? Hier, komm. Du möchtest dir mal die Kiste runter. Vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen. Nee, du willst auch weiter. Ach, na, hier oben auch. Na, guck mal du oben und ich guck mal unten. Okay. Uah, fuck. Oh, natürlich. Äh, hi. Wutz. Ich will die, äh, scheiße. Ich sollte weggehen, weil ich werde gerade übelst. Scheiße. Ich komm gleich. Die jagen mich. Jetzt komm doch zu mir. So, den hab ich. What? Soll ich vielleicht lieber oben lang gehen? Hast du keine mit deinem Pfeil im Bogen, kannst du da nicht? Doch, aber, äh, das ist keine Nacktkämpferin. Ich bin tot. Liebe Sau. Äh, also nicht du. Aber, ich hab dich auf den Zauber gewechselt. Und jetzt bist du nicht mehr oben. Achso, jetzt doch, jetzt bin ich hier. Ja, ich muss, äh, ich muss das noch üben hier mit. Na, genau. Okay, 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 so, 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 zack, zack, zack. Okay, ich bin jetzt kurz der Zauberer. Ich denke mal mit der Faust. Hier kommen wir weiter. War hier unten noch irgendwie was? Nö, ich hab alles geholt. Aber oben war da noch was? Nö, außer der Wagen gerade hier ist nichts gewesen. Jetzt kann man jetzt, ah, wir müssen die Tür einhauen. Zack, kabumm. Sehr schön. Ach, ich hätte einfach den Hammer losladen können. Ich hab mich jetzt aber auch wieder angestellt. Ja. Was? Oh, da oben ist ein Geschenk. Erst mal in den Abgrund gesprungen. Zack. Das ist ja blöd. Der ist ein bisschen hartnäckig, ne? Da unten ist ein Fläschchen, genau. Da unten ist aber auch ein... Nimm es dir. Hä? Da unten ist aber auch eine Kiste. Ah, die kann man ja nicht zerstören. Also da oben ist ein Geschenk, ich gesehen habe. Jetzt nur mal gucken, dass wir hier mit ihr irgendwie... Meinst du nicht, dass ich einfach mit dem Zauber das runterwackeln kann? Nee, gut. Wie, warte mal. Das muss ich erst mal üben hier. Zack, zack, zack. Einmal hoch, einmal. Oh, scheiße. Sensationell. Ups, weh. Whee. Einmal mit Schwung. Na, reicht das? Warte, vielleicht kann ich dich einfach mal... Äh. Nicht? Ich wollte dich jetzt mal... Nee, ich glaube nicht. Das Geschenk wackelt oder... Ja, schmeiß das Geschenk runter, genau. Wie? Ja. Ja, 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 ja. Es kommt. Ja, 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 ja. Ja. Oh. Was? Sehr schön. Wintergeheimnis gefunden. Sehr schön. Vielen Dank. Das hab ich jetzt nicht. Oh. Das ist ja gemein. Da oben ist noch eins, oder? Nee. Nein, da ist keins mehr. Da oben noch was? Nee. Häng dich da ran, ich führ dich rüber. Also, ich tue dich rüber sumseln damit. Das ist ja doof. Wee! Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Naja, das nächste Geheimnis ist dann deins. Okay? Abgemacht. Hab damit jetzt kein Problem. Frauen und Geschenke. Ja, ich hab kein Problem damit. Ja, ich hab kein Problem damit. Ja, komm ich denn jetzt da rüber? Hm? Äh, ich glaube so nicht. Ich glaube, das musst du mit Kisten machen. Ach so. Oder du einfach deinen Charakter, äh, umändern. Ja, ich kann ja selber auch eine Kiste noch machen. Äh. So. Juhu. Ja, genau. Wo ein Willender auf einen Weg? Mhm. Wir müssen immer so ein bisschen... Guck mal da oben. Oh. Ja. Warte mal. Oh Gott. Einer kann unten lang auf jeden Fall. Und einer oben lang. Nee, das sind Fläschchen. Ja, die Fläschchen. Und die... Kommst du da hoch? Yay. Super. Ja, guck mal. Ich sammle jetzt alles ein, ey. Wie herrlich. Aber ich hab auch jetzt wieder bloß die grüne Flasche bekommen. Die blaue? Ach, die blaue Flasche ist irgendwas bei dir. Ich hab keine Ahnung. Wir haben... Ach, Leben. Die blaue ist doch Leben, oder? Nee. Ich weiß nicht. Andersrum. Nein, Vorsicht. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da ganz oben noch irgendwie was gesehen hab. Warte mal. Das muss ich nochmal prüfen. Soll ich das... Die Plattform nochmal... Oh. Warte mal. Sag, warte mal, warte mal. Ja, tu die mal ein bisschen wippen. Weil manchmal da versteckt sich da ganz, ganz oben nämlich noch was. Aber hier scheint es nisch zu geben. Nisch wippe. So. Ups. Na, großartig. Oh, oh. Wir kriegen Besuch. Du solltest die Krieger holen. Ja. Es läuft. Sie bleibt hier einfach eiskalt. Es läuft, ne? Eiskalt bei ihren komischen Dieben, weißt du? Ja, wo wechsle ich denn? Ach so. Die weißt du gar nicht. Bei mir im Pet ist es L1, L2. Der schön. Ich muss erstmal, glaube ich, die vier dann suchen, oder so. Ja. Also Schultertasten halt. Hm. Ja, ich gehe mit dem Schauberer. Hä? Oh, wie viel kommen denn da noch? Ja, ich glaube da oben ist auch noch von uns bei mir. Weiß es nicht. Ah, nee. Was ist denn das da oben? Ich sehe nichts. Da oben. Ja, siehst du nicht das blaue Leuchtende? Na, aber... Doch. Aber du kannst doch höher springen als ich. Ach, warte mal. Nee, Quatsch. Wir können das so machen. Warte? Ja. Kann man da irgendwie ran? Macht das irgendwas? Nö. Nee. Hä? Geht denn die Bettini hoch? Die Dinger sind eh jetzt weg. Ja, aber... Guck mal, was blau ist. Yay. Juuu. Mana-Trank. Okay. Warte. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Ich drücke immer einen falschen Knopf. So. Jetzt bist du völlig da oben. Siehste mal, wie das läuft, hä? So, jetzt... Kannst du vielleicht noch was lernen? Irgendwann wird sie noch frech. So, ich lass mal hier eine Kiste überbauen drauf ein. Ich glaube, das können wir... Ich bin stachlich. Hm? Na, okay. Ich habe es geschafft. Okay. Oh. Da oben. Knapp. Da geht es auch noch hoch. Hä? Ah ja, ja. Warte. Ich glaube... Oh. Man könnte es auch einfacher machen. Indem ich hier eine Kiste instelle. Ey. Oh, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte, warte, bleib hängen. Bleib hängen, wie das ging. Ich komm hier mal weg. Ähm, warte. Nein. Hä? Nein. Nein. Scheiße. Okay, warte. Warte, warte, bleib hängen. Bleib hängen. So, jetzt kannst du drauf kommen. Warte, ich brauche Schwung. Hä? So, jetzt stelle ich mal die Kiste hierher. Ich komm nicht hoch. Und jetzt kann ich ja meinetwegen auch den Krieger nehmen. Und dann kannst du vielleicht nochmal aufspringen. Na, aber die bleibt da nicht drauf auf dem Dinger. Ist ja egal. Du sollst ja bis rüberspringen. So? Na, aber ich würde gern auf dein Schild springen. Aber die bleibt ja da nicht drauf. Ja, was willst du denn auf meinem Schild? Ja, du hältst es doch extra da voll hin. Ja, aber du springst das schon so hoch. Hä? Du springst da immer mal mit nach links. Du bist doch schon genug. Ja, das sehe ich gar nicht, dass die da drauf hängt auf dem Schild. Fine, habe ich das gemacht. Ne, die hängt da auch nicht drauf. Die springt da auch nur hoch. Ach so. Also doch schon mal gespielt. Ne, ich sehe es doch, dass du da einfach was hoch springst. Doch schon mal gespielt. Nein, man sieht es einfach. Ich habe es nicht gesehen. So. Okay. Nein, du musst hoch springen. Versuche irgendwie hoch zu springen. Ganz hoch. Nein, nein, nein. Ah, ich habe nicht dazu geguckt, wie das Skelett ist. Oh, oh, ich bin ganz tolle verletzt. Nein. Kann man sich irgendwie heilen selbst? Oder? Nein. Du musst noch eine Etage höher springen. Da oben ist nicht wieder so. Oder ich mache es jetzt. Oh, ich gehe nicht mehr. Ich bin zu fett. Ist alles ein bisschen chaotisch. Aber du kannst unten lang, ne? Ja, ich kann unten lang. Denke ich mal. Oh, 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 oh. Aua, aua. Nein. Okay, Leben, live. Au. Okay, ich habe jetzt keine. Da ist noch jemand. Scheiße. Ich habe jetzt keine Plattform erwischt. Ich bin jetzt immer reingesprungen. Okay. Der steht tot. Irgendwas. Okay. Ich hoffe, hier unten sterbt man. Ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Oh, oh, pass auf, da ist ein... Äh, den musst du. Nee, den kann ich. Tschüss. Tschüss. Uiuiuiuiuiuiui. Äh. Ja, das musst du mal noch auszählen lassen. Oh, geil. Guck mal an. Was? Was? Oh, äh. Gesundheitstrank. Schön. Jetzt bin ich auch wieder hier unten. Hallo. Warte mal. Man hat vielleicht... ...auf den Pilz? Ja. Kaboom. Da oben sind noch mehr Tränke. Hol die mal. Oben in dem... Och Mann, oh. Äh, ja, ich bin auch wieder unten. Äh. Vielleicht halte ich dir einfach mal fest. Jups, okay. Ähm. Nee. Falsch. Ja. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Kriegt sie nicht hin. Nee. Nein! Stell's aber an, ey. Komm, das schaffst du jetzt. Nein! Oh Mann! Nein! Ich bin so doof. Äh! Jetzt lass mich doch mal hier hoch. So. Hier unten geht's... Oh, äh. Das sollte da nicht hin. Ja, ne Kiste wär gut. Ja, will ich ja grad irgendwie versuchen. Äh, ich brauch auch oben. Ich würde es gern irgendwie... Hä? Woher geh ich denn? Nicht, dass ich in irgendeiner Hinsicht aggressiv wäre, aber es macht mich jetzt schon jetzt. Nein! Blick da! Nein! Warte mal, ich stell dir jetzt meine Kiste da hoch. Warte, springe aber nicht da hoch. So. Boah, wir stellen uns aber mal an gerade hier, ey. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist doch egal. Scheiße. Ich bin einfach ein Brett. Scheiße. So. Jetzt da hoch. Nein! Ich bin so ein Vollpfosten. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, warum springt ich denn nicht, ey? Ich glaub, dieses Spiel lebt von seinen Fehlern. Also von unseren Fehlern, mein ich. So, nochmal. Jetzt bitte schieb die Kiste nicht runter. Nein! Er schiebt sich... Aber ich hab's, ich hab's. Ist egal, ich hab's. Endlich, okay, cool. Ich hab's. Äh... Guck mal. Hey. Ja, warte mal. Irgendwie ist das doch... Ist das mit dem Brett da? Ja, ich wundere mich auch grad. Kann ich das Brett... Das kann ich doch bestimmt. Mein Gott. Hä? Ne, warte mal. Ah, hier ist da auch noch ein Brett. Ja, hier ist auch ein Brett. Und das will ich jetzt gerade... Ja, ja, genau. Guck mal. Yay. Siehste, der Zauberer ist sehr, sehr wichtig. Und einmal rum... Ne, einmal... Ja, so, so, genau. Das kann ich nicht so einfach. Mhm. Oh, Pock. Mhm. Und das... Warte mal, wie muss ich denn das hindrehen? Warte mal, ich kann ja mal mitkommen, dann sehe ich's vielleicht besser. Ich hab das bloß im Blickwinkel gesehen. Guck. Ja, das muss ich jetzt halten. Und dann kannst du überspringen. Äh. Doi! Oh, ach guck mal. Oh ja, so geht's natürlich auch, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Kann man da eigentlich rundenlang? Ui! Unten... Es sieht so aus, ne? Kannst du vielleicht mit dem Krieger was einhauen? Guck dir das mal bitte. Bist du, die Frau bleibt nur die Frau? Nein, das sieht wirklich so aus, als wenn man da durch könnte. Ach nein! Ich muss waren so schön oben. Ach ja. Ich merke schon. Ups. Ich bin hier runtergefallen. Ich glaub, du musst da runter, oder? Na, da oben war auch irgendwas komisches, deswegen... Hab schon mal geguckt. Auf jeden Fall müssen hier ein paar Kisten, genau. Kann ich mal bitte... Achso, ich muss ja erstmal dieses komische Viereck malen, oder? Hab ich das nicht so richtig gemacht? Ja, sag ich doch. Zack. Ja, genau. Vielleicht malst du noch eine, oder? Weil ich hab Angst, dass ich... Okay. Ich kann ja nur eine, man kann ja nur eine malen. Also eine malen. Achso, ja noch. Noch. Ich glaube, du kannst dann... ...bei oder drei sogar. Doch, schön geschönt, ja. So, komm. Komm, ich bin mit. Oh, 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 oh. So. Oh, oh. Jetzt haben wir hier unten noch eine Kiste. Was ist denn das? Ich hab das kein... Wo ist... Wo krieg ich jetzt, äh... Ich glaube, wenn wir hier draufsteigen, fallen wir noch unten. Warte, warte, probieren wir mal so? Nö, das hat nicht funktioniert. Doch, doch, die... Äh, die muss noch weiter nach rechts. Äh. Wird das nicht? Doch jetzt. Hä? Hm. Wie? Ich glaube, wir müssen aber hier unten durch, weil da unten ist ein Trank. Ein grüner. Ja, ich weiß. Und die Kiste... Ja, warum steht die hier? Ja, das ist gut. Warum steht die hier? Das passt gerade so. Ich stehe da auf deinem Kopf und du so... Warum steht die jetzt hier? Aber oben war da... Ja, oben müssten wir ja dann eh lang. Aber wir... Einer müsste jetzt runter wegen der... Wegen der Kiste, wollte ich gerade sagen. Wegen dem Trank. Aber das ist halt blöd. Wegen diese Feuerbälle, ne? Ja, ich den Trank auch. Das heißt, ich müsste eigentlich nach unten mit dem Krieger. Warum muss ich eigentlich nur nach unten, weil ich der Krieger halte? Du bist halt nur die... Hä, das geht gar nicht. Wom geht das nicht? Man kann das aber auch nicht umdrehen. Weil hier oben ist das Quatsch. Gibt mir mal den hier. Macht der irgendwas? Hm. Hm. Ja... Oh, ist das nichts gemacht? Nee, das unten kannst du leider nicht... Nee. Äh... Gib mal die Kiste. Wie... Wie nimmt er die? Achso, okay. Geh mal weg jetzt hier. Warte mal, das doch mal erst mal. Ich muss da... Okay. Durch mit dir. Zack, zack, zack. Warte, vielleicht kannst du jetzt... Wenn du noch eine andere Kiste... Na, der Quatsch. Nee. Oder musst du hier hoch? Ja, das kann schon sein, aber... Haben wir da oben vielleicht einen Schalter irgendwo? Ja, das kann natürlich auch möglich sein. Aua! Ich spring natürlich mal rein. Äh... Alter, aber, 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 aber... Oh, f*** der Hut. Warum? Hup! Okay. Ich kann aber auch nur ein anderer sein. Der andere ist tot. Scheiße. Ja, der kommt dann beim nächsten... Ich kann jetzt nur die noch sein. Jetzt war ich's wieder. Ähm, warte mal. Ja, da unten, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber die hält auf jeden Fall die Feuerbälle auf, ne? Die Kiste hier. Das ist so schön. Das Problem ist... Warte mal. Hä? Das ist so... Wachstum. Wenn du so eine Kiste... Kannst du so eine Kiste unten drunter bauen? Und dann, äh, das Ding vielleicht hochheben? Jetzt musst du die Kiste noch erst nehmen. Okay, du kannst die Kiste nicht. Äh, warte mal. Vielleicht klappt's ja. Ich meine, du machst das ja mit Mauser. Müsst du ja eigentlich zu... Achso, du bist ja. Ja, jetzt schnapp dir die Kiste. Und sie schnappt hier nicht die Kiste. Das ist schwierig, ne? Ja, und ich probiere mal das Ding hochzudrücken vielleicht. Also nicht den Feuerding, sondern die Klappe, wo wir draufstehen. Achso. Wo du draufstehst. Ne. Und weder ist die zu groß, oder was? Oh, ist das da unten? Schalt... Ne, das ist ein Stützbalken. Ich will den Mana-Drang da unten haben. Tja. Äh, den Mana-Drang. Na ja, dann... Gibt es einen Mechanismus. Ich wetter. Oh, warte mal. Okay, das tut mir nix. Ach, das tut mir nix. Hilfe. Ähm. Ja, ich hab grad keine Ahnung, wie wir... Irgendwo muss es einen Mechanismus geben. Ich wette. Oh, wo? Hier oben? Hm. Das ist ja doof. Ja, toll. Da haben wir keine Punkte jetzt, ne? Ich hab keine Ahnung. Der Kildo ist ja hinüber. Ha. Hinüber. Ach, du hast jetzt hier überall Kisten, ne? Ja, ja. Das ist gut. Das ist schön. Da kommen wir so ein bisschen... Ja, aber irgendwie... Wir müssen echt hier irgendwie runter, ne? Geht aber nicht. Yay. Oder... Runter. Oder du mit deinen Bogen, dass du da irgendwie was machen kannst? Nee, ich kann gar nichts machen. Dieses Springen... Der bleibt hier hängen. Hm? Ich hab wirklich keine Ahnung. Jetzt hast du... Aua. Hä? Nichts passiert. Okay. Hm. Wie treten wir da jetzt? Hä? Okay. Jetzt hast du wenigstens da unten schon mal diese... Aber die... Hä? Die ist da auch durch. Gerade die Kiste. Ja, du hast die Größen-Rekiste gebaut. Kannst du ja verschiedene Größen von Kisten bauen. Was hier vielleicht irgendwie... Ich hab keine Ahnung, wie man da durch kann. Kann man jetzt... Warte mal. Kann man jetzt sich irgendwie... Hm? Ah, guck mal. Ich kann hier jetzt vergeben, glaube ich, Sachen. Upgrade, Inventar. Schließen. Ja, das kann man mal machen zwischendurch. Ich hab keine Ahnung. Hm. Benfro muss da ein Knopf sein, ey. Upgrade-Kosten. Noch nicht. Aber ich hab kein Upgrade. Achso, deswegen. Hm. War hier irgendwas? Wir haben auch nichts im Inventar. Also... Ich hab keine Ahnung, wie man da reinkommt. Hm. Schade. Das ist schade. Es werden dann zwei, die wir stehen lassen müssen. Hm. Mach ich, boah mal ne Kiste? So. Weiter geht's. Hm. Ja, schade. Jetzt kriegen wir ein Ding zurück. Jetzt. Ja. Und alles stürzt ein. Na, super. Tolle, wo ist es? Jetzt können wir theoretisch wieder zurück, glaube ich. Ich weiß nicht, hat es sich was ausgeliefert. Äh, warte mal. Vielleicht mit ihr irgendwie? Warte mal. Wir gucken mal. Geht mich ja hier hoch. Hä? Au! Oh, das hat weh. Au! Nein! Okay. Äh, das hat gut funktionieren. Aber du hast jetzt... Ja, schon wieder. Yeah! Ja. Meine Güte. Ah, weißt du, wie es klappt? So, ich bin schon hier. Guck mal, ob du da hinten jetzt weiterguckst. Ja. So, ich guck da mal hier drüben weiter. Nee. Ist immer noch zu. Warte mal, hier ist ein Schalter. Menno! Was passiert jetzt? Guck mal! Ja! Ja! Ja, sehr schön! Äh, jetzt bräuchte ich nur... Ja, ich muss sowieso... Ich muss zurück. Warte, ich muss... Ah! Stopp! Hm? Warte mal, hier oben ist noch ein Getränk. Ein Trank. Ich würde den gerne... Ja, den... Und die sich... Aber ich kriege ihn nicht, weil... Wegen ist nicht. Wer weiß warum? Kriege ich den jetzt hier raus? Da oben ist auf jeden Fall ein Trank, aber da komme ich nicht ran. Können wir ja nachher mal zusammen schauen. Auf jeden Fall bräuchten wir jetzt... Ja, ja. Aber der Trank hier unten ist vielleicht auch erstmal... Auf jeden Fall bräuchte man eine Kiste, weil ja der Feuerball etwas stört. Ja, dann wechsel zum Zauberraum. Ich habe gerade den anderen genommen. Achso, du hast den anderen. Okay. So, ich probiere jetzt mal hier irgendwie, dass ich die Kiste hier oben rauskriege. Das Problem ist nur... Wie kann man denn sich von Plattformen... Oh, zu Plattformen schwingen? Achso. Hä? Oh, nein! Nein, nein! Ich bräuchte den Krieger! Scheiße! Oh, weil da unten sind ein paar Skelette. Ja, den Krieger heißt es für den Sinn. Aber guck, hier oben da ist eine... Hä? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Du kommst mit dem Zauberer, kannst du das Ding zwar oben bewegen, aber auch nicht wirklich. Die Kiste, die stört da, ne? Ein bisschen? Ja, in die Kiste kannst du mit dem Zauberer, aber ich habe keine Ahnung, wie du dann... Ach! Müsste es vielleicht von der anderen Seite... Ach, ne. Hm, die Kiste ist immer oben, ne? Die war wohl schon oben, die Kiste, oder was? Ja, ja, die Kiste war oben. Ach, echt? Die müssen wir jetzt wieder runterkriegen. Ja, ich bin voll der Topf. Ja, 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 ja. Die Kette blockiert, mal gucken. Oh. Oh, Mann. Na, warte mal. Vielleicht könnte ich die Kiste... Ja, das habe ich ja schon probiert, aber die hängt da irgendwo fest. Das ist doof. Na eben. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das haben. Auf jeden Fall, unten ging es noch weiter, da, ne? Ja, ja, dann müssen wir ja sowieso. Hier hinten geht es schon ein bisschen weiter. Ja. Siehst du? Siehst du? Wie viele da schon da oben drinsteht? Hm, wahrscheinlich geht es deswegen nicht mehr, aber irgendwie lockt dort was. Was? Hm. Ach, ich bin so ein Trott. Ouchen. Hm, kannst du echt machen, was du willst? Ja, holly, holly, ja. Ich bin da oben. Das geht einfach nicht. Komm, lass mich mal ran hier. Ja, klar, bitte. Äh, 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 äh. Hm, ne. Kannste knicken. Spider-Man! Boah, das ist so fest, steckt die Kiste. Ja, die steckt sowas von. Also, damit bewegt sich gar nicht. Ich denke mir mal, das so ist. Ich habe irgendwie jetzt gerade das Gefühl, das hat... Hm, da kommst du nirgendwo durch. Ich glaube, das hat gerade irgendwas mit... Damit irgendwie ein Bug oder... Ich weiß keine Ahnung, was. Ja, das kann möglich sein. Normalerweise ist die Fia hier und das da und dann funktioniert auch. Hm. Aber... Es will nicht, es sollte nicht. Vielleicht mal hier irgendwie Strom hängen, oder? Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall den Krieger, warte mal. Der hat die drei. Wuiiii! Bomb. Ich suche den Krieger, wow! Ja, ja, ne? Ja, deswegen den Krieger, weil dann kann ich ihn nicht mehr nehmen. Weil den nimmst du ja eh nicht, oder wie? Na, willst du den und ich den? Mir ist wurscht. Ja, dann nimm doch wieder deine Dieben, weil die ist höher. Äh, die ist höher. Oh, äh, ja. Warte, ich mach dir eine Kiste. Äh, so. Äh, die war falsch. Aua, komm mal. Ja. Fuck. Äh, sie fällt wieder runter. Hm? Jetzt mach die Kiste hier hin. Äh? Wie hast du denn da die kleine Kiste gemacht? Jetzt kannst du. Okay, okay. Ich geh irgendwie nur die große Kiste hin. Äh? Äh, wow, ja, die ist ziemlich groß. Ähm, ja. Oh, komm mal. Ups. Okay, so kann man sich den auch nehmen. Aber wir haben die Erfahrung jedenfalls aufgesammelt. Äh, ja, das Ding ist... Ja, hier bist du wieder? Cool, man. Warte, ich bin gleich wieder da. Auf jeden Fall... Ich will mir mal schnell die dritte Figur. Ja. Weil wir wollen ja bestimmt weitermachen mit der Kiko. Oh, ist knapp. Zack, ist da. Mal wieder ein Zauberer. Kaffst du das dann auch alleine wieder? Ja, ne? Ich hoffe. Nein. Okay. Oh, pass auf, die hat ohne noch sehr wenig Leben. Kannst du mal bitte... Ach nee, ich brauche den Zauberer. Warte. Können die Diebe nehmen jetzt? Kannst du ruhig bleiben? Nee, oder ja, kannst du machen, wie du denkst. So, ich bin da. Ja, auf jeden Fall sollten wir mit dem Krieger nach unten gehen. Ich klobelt jetzt nicht. Ich klobelt jetzt nicht. Ich klobelt jetzt nicht. So. Jetzt aber. Könnt ihr mit dem Schild den Feuerball halten? Ich bin schon da. Wisst ihr? Ui, das bin ich. Eh, doch. So. Ich würde sagen, einfach mal nach unten. Und kloppidi-klopp. Yeah. Nice. Da drüben ist wieder ein Heildrank. Ich glaube... Pass auf, pass auf. Ja, und jetzt. Ja. Kannst du das ausmachen? Ach so, wir haben alle drei Heilungen bekommen bei dem Heildrank. Das ist auch schön. Au. Au. Au, hau, 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 hau. Du brauchst deinen Würfel. Warte, ich... Hast du einen Zauberer? Nee, warte. Nee, warte, ich nehme den. Ich mach dir schnell einen Zauberer. Okay, du. Ich mach dir schnell einen Würfel, würde ich sagen. Der Krieger ist auch cool. Ich bleib bei dir erst mal. So. Ja, da war der Steineweg. Äh, noch eine Kiste vielleicht? Meinst du nicht? Ich kann nur eine Kiste machen. Nee, mach mal noch eine. Ja, dann geht die eine aber weg. Ja? Ja. Dann musst du jetzt losspringen. Und dann kannst du gehen auf die nächste Kiste, schnell. Whee! Ja. Nice. Es läuft. Mit dir. So. Okay. Okay. Stabilizien. Müssen wir hier hoch? Okay. Hier. Wieder. Yeah. Voll auf die Fresse. Aber dahin geht es auch noch raus. Kann ich hier mit dem Zauberer hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Ups. Oh, da drüben ist was. Was schön ist. Oh, Manu. Komm mal da rein. Ich will das haben. Ich will... Ach, guck mal, ich kann es blockieren. Hier, hör mal auf. Ja, ich muss doch blockieren. Nee. Ich komm nicht rüber. Da und? Und jetzt? Ja, aber wenn ich laufe hier, dann dreht sich das Rad nach da, oder? Boah, das ist das Schatzkiste. Probier doch mal wieder die Binder vielleicht durchzukommen. Nee. Nee. Nein! Warte mal, blockieren wir mal. Bleiben wir einfach stehen und blockieren wir. Äh, ne Kiste, ne Kiste vielleicht? Hinter dir, irgendwie ne Kiste? Ach, na eben. Ähm, äh. Uah. Warum mach ich denn? Wah, das tut mir doch nichts. Ähm. Ja, ist da wirklich was? Oder äh... Ja, ja, da ist ein Trank. Und eine Kiste. Ein Schatz. Der gehört mir her. Scheiße. Kann ich denn? Ja, gar nicht. Ja, liebe Freunde, so sieht's aus, wenn wir versuchen, die schatzgeilen Leute hier, wisst ihr? Hä, oder wir kommen... Nee, von der anderen Seite geht nicht. Nee. Hä? Bringt grad gar nix, Freunde. Hm. Oder warte mal, wenn ich oben, weil oben kann man auch noch was machen, ähm, wenn wir vielleicht die Gewichte anders verlegen, dass sich das Rad dann anders dreht, können natürlich auch möglich sein, ne? Welche Gewichte? Da oben. Ja? Nee, welche Gewichte? Na, hier sind Gewichte, hier, drüben. Oh. Äh. Also ich kann das eine, die ich nicht tun kann. So, warte mal. So, wie sieht's denn aus? Warte mal, drehen wir die Zahnräder irgendwo? Hä? Drehen die sich jetzt anders, die? Warte mal, ich guck mal. Hä? Das hat nicht viel gebracht. Hä? Achso, ich seh ja unten, das... Nee, es dreht sich nicht anders rum. Okay. Ob irgendwas... Hm. Aber wozu sind die da? Warte mal. Ist das denn jetzt da wirklich... Ja, da ist wirklich was. Wie komm ich da rein? Ich will doch heulen. Ich kann aber das Radon nicht andersrum drehen. Das würde ich sagen, äh, mit meiner Zauberkraft und so dann, ne? Und dann mach ich bumm. Aber geht nicht. Ja, vielleicht ist das da wieder ein Knopp irgendwo. Ach nee. Weiß auch nicht. Finden wir ja wieder nix. Da ist kein Knopp. Das sind nur diese komischen Gewichte. Und irgendwie ist hier oben noch was. Ich weiß nicht. Kannst du wieder den Pfeil da oben drauf? Halt, guck mal. Ja, siehst du? Der Zauberer, der macht's wieder. Aber ich würde vielleicht weggehen. Geh weg! Oh, oh! Noch mehr Heilung! Komm ich da hoch? Ich glaube... Wie kommen wir da hoch? Oh Gott. Ach du... Ja, tschüss! Scheiße! Juhu! Cool! Ja, sehr schön. So, und jetzt? Hattest du jetzt das unten? Dreht es sich jetzt andersrum? Na, ich glaube vielleicht muss, äh... Warte mal, jetzt ist der Heildrank hier drüben. Ach nee, jetzt ist das... Ach, ich seh das doch gar nicht, ob das sich andersrum dreht. Ja, meine Kiste immer noch dazwischen stimmt. Hm. Ne, es dreht sich aber noch in die selbe Richtung. Ja, aber wie kommen wir denn dort ran? Verdammt. Aber unten, äh, auf jeden Fall auf der anderen Seite ist noch so ein Zahnrad. Äh, wir kommen hier nicht mehr durch, durch, ne? Ja, du musst schon durch. Oh Gott. Warte. Ach so, ich dachte, ich wär jetzt du, so. Ich hab auf den Zauberer geguckt. Guck und jetzt noch mal hier und dann kommen wir da hinten ran. Ja, ehrlich mal, wie ist der? Gott, ey, was ist denn da rum? Ja, wir denken halt zu kompliziert, weißt du? Pst, oh. Ja, das war's, oder was? Nö, kann man nicht schätzen. Du hast gesagt, nächste Geheimdiskussion. Jawoll. Eine Halskette des Lebens. Halskette des Lebens. Ich hab die auch. Ach, jetzt müssen wir wieder vorne raus. Was ist da? Ui, natürlich. Ich weiß. Oh. Ja? So, meine lieben Freunde. Ja, wir müssen jetzt langsam mal Schluss machen für den Part. Wir sind schon ganz schön weit. Wir sind schon bei 31 Minuten, meine Lieben. Ja, eben. Ich seh's gerade. Boah, total intensiv hier im Spiel gewesen. Wie ihr seht, ne? Wir stellen uns noch ein bisschen dumm an. Aber macht ja nichts. Macht trotzdem Spaß, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich gucke mal ganz kurz ins Menü. Weil man hat ja hier Inventar. Ganz kurz guck mal rein, gucke. Und dann kann ich die Halskette nehmen. Was kann denn die Halskette? Erhöht die maximale Gesundheit um 5 und verbindet sich mit anderen Gesundheitszaubern. Kann ich die jetzt einfach hier umlegen? Ja. Okay. Die Halskette gibt mir da Dieben, weil einfach, ne? Weil, so. Oh, bist du nett. So, jetzt hast du 105. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ja, bis dann. Tschüss.